Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Regierung in Belarus lässt Demonstranten frei. Die Behörden erklärten, es handele sich um Menschen, die ohne Grund während der Proteste in Gewahrsam genommen wurden. Nach offiziellen Angaben gab es mindestens 6700 Festnahmen. Viele der Freigelassenen berichten von schweren Misshandlungen. Panne bei Corona-Tests in Bayern. Noch immer warten Tausende Reiserückkehrer auf ihr Ergebnis, unter ihnen auch positiv Getestete. Laut Bayerischem Rundfunk waren an Teststellen an den Autobahnraststätten fast 1400 Reisende positiv getestet worden. Unterdessen ist die Zahl der vom Robert-Koch-Institut registrierten Neuinfektionen in Deutschland seit gestern erneut gestiegen, auf 1449. Kritik der Palästinenser. Der Sprecher von Präsident Abbas hat die Einigung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten verurteilt. Es handele sich um ein aggressives Vorgehen gegen das palästinensische Volk. Die beiden Staaten hatten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. RB Leipzig zum ersten Mal im Halbfinale der Fußball-Champions League. Im Finalturnier in Portugal besiegte der Bundesligist Atletico Madrid überraschend mit 2 zu 1. Gegner der Leipziger im Halbfinale ist am kommenden Dienstag Paris Saint-Germain. Waldbrand im Süden Kaliforniens. Hunderte von Feuerwehrleuten kämpfen gegen die Flammen. Auch Hubschrauber sind im Einsatz. Die Behörden ordneten die Evakuierung von etwa 500 Häusern an. Wegen der Trockenheit breiten sich die Feuer mit hoher Geschwindigkeit aus. Das Wetter, teils freundlich, teils stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, dabei Unwettergefahr durch Starkregen, ganz im Norden oft sonnig, Höchstwerte 20 bis 31 Grad.